2023 wird das Jahr der Frührente, vorgezogene Altersrente und Rente wegen Erwerbsminderung. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Sie alle entschuldigen bitte meine Bezeichnung Frührente. Eine solche gibt es rechtlich nicht, aber ich nutze wie viele andere auch manchmal den allgemeinen Sprachgebrauch, das macht es irgendwie einfacher. Unter Frührente verstehe ich die Rentenarten bei vorgezogenen Altersrenten und die Rente wegen Erwerbsminderung. Das Jahr 2023 wird das Rekordjahr bei den Neuanträgen bei vorgezogenen Altersrenten werden. Da bin ich mir schon recht sicher. Nach den aktuellen Zahlen für 2021 und was schon für 2022 bekannt ist, dürfte die Altersrente für besonders langjährig Versicherte, die kennen Sie unter dem Sprachgebrauch Rente mit 63, bei vielen 100.000 Neurentnern neben der Altersrente für langjährig Versicherte und Altersrente für schwerbehinderte Menschen, zu neuen Antragsrekorden aufbrechen. Nicht allein nur deshalb, weil die Menschen unbedingt in diese Rente gehen wollen, sondern regelrecht durch Angst und Panikmache in diese Rente getrieben werden. Deutschland wird eine Frühverrentungswelle erleben im Jahr 2023, wie sie selbst Andrea Nahles 2014 so nicht vorhergesehen hat. Grund für den Anstieg sind die Babyboomer und die zum Teil sehr schlechten Arbeitsbedingungen. Nach einer aktuellen Umfrage wollen über 50% der Arbeitnehmer in Deutschland früher in Rente gehen, weil sie sich einfach nicht gewertschätzt fühlen und die Arbeitsbedingungen schlecht bis sehr schlecht sind. Nun sollten sich deshalb die Arbeitgeber nicht wundern, warum so viele Menschen einfach in den Sack hauen und in die vorzeitige Altersrente gehen wollen. Daneben werden auch viele kranke Menschen versuchen, eine Rente wegen Erwerbsminderung zu erhalten. Hauptgrund hierfür sind der massive Anstieg der psychischen Erkrankungen, Stress, Druck auf Arbeit, fehlende Motivation, Wertschätzung und vieles mehr. Rentenbescheid24 wird deshalb genau in diesen beiden Bereichen und im Bereich des Wechsel PKV in GKV seinen Schwerpunkt im Jahr 2023 setzen. Wir werden zu beiden Themen viel berichten und erklären. Rentenbescheid24.de wird sich 2023 personell und auch fachlich verstärken. Neben schon drei Anwälten und drei gerichtlich zugelassenen Rentenberater werden wir im Jahr 2023 noch zwei weiteren Kollegen aus dem Team als Rentenberater ausbilden und die Zulassung nach hoffentlich erfolgreicher Prüfung beantragen können. Daneben wird es auch heute neue auf die vorgezogenen Altersrenten und EM-Renten zugeschnittene Angebote im Jahr 2023 geben. Lassen Sie sich einfach überraschen. Wir freuen uns auf Ihr Interesse an unseren Leistungen auf Rentenbescheid24.de und wünschen Ihnen alles Gute. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf www.rentenbescheid24.de Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel